Oh, müssen wir den jetzt zeigen, oder? Überlegst du noch? Ja, das sag ich. Ich würde sagen, du kannst mehr sprechen. Eher flüssiger. Obwohl, du kannst mit dem Arabisch noch sprechen. Ja, ich kann auch noch Arabisch. Ja, die sind 1-10 zählend. Blödi. Kleine, aufgeräumte Maus. Ne, ich bin unordentlich. Ich bin nicht Arabisch. Du? Ne, ich nicht. Okay, keiner. Die Frage ist, was Zeug heißen soll. Du brauchst halt noch Sleeves. Das brauch ich jetzt zum Beispiel. Und? Eine Tür brauchen wir beide. Eine Tür? Eine Tür. Ja, eine Tür. Ja, ganz klar. Ja, absolut Arne. Mach doch nichts. Kommst du noch hin? Ja. Das ist ein super Spiel. Das hat gut funktioniert.